Es fängt auch immer an, ja, I really don't know, how much time will I help you? I don't know. Bruder, ich hab gleich einen Anfall, ich schwör's dir, Alter. Ich hab's geschafft, Leute. Drei, zwei, eins, weh! So emotional für mich. Oh, Bruder, deine Flash hat mich gesaved, Bruder. Saved und zwei. NOOOOOOO! Ja, du hast gekauft! NOOOOOOO! Herzlich willkommen zurück hier in Shanghai zum ersten Spieltag des RMRs. Wir haben unser erstes Spiel gegen Saschi. Ich denke mal, das ist ein guter erster Gegner. Danach haben wir so drei, vier Stunden Pause und danach haben wir direkt unser nächstes Spiel. Egal, was passiert, egal ob wir gewinnen oder verlieren, es wird hundertprozentig noch ein zweites Spiel geben. Das kommt alles noch in diesem Block. Theoretisch, weil ich eigentlich abends noch keine Zeit mehr hab, noch zu editieren, kommt wahrscheinlich noch der Tag danach. Also ihr werdet einen ziemlich, ziemlich langen Vlog hier jetzt vor euch haben. Aber ich hoffe, ihr genießt es. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ich die Vlogs so lange machen soll oder ob euch das jetzt zu lang ist. Weil ich möchte eigentlich immer möglichst viel einfangen vom Tag, damit ihr möglichst viel Behind-the-Scenes mitbekommen von den Leuten, die ums Team herum arbeiten, die natürlich für das Team arbeiten und natürlich auch vom Team selbst relativ viel zeigen. Deshalb, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so diese langen Vlogs feiert oder ob es eher kürzere Vlogs sein sollen. Weil das krieg ich bestimmt auch irgendwie hin. Ich hoffe, das wird jetzt hier ein richtig geiler Start in den Big-Major-Run und jetzt viel Spaß mit dem Vlog. Heute ist Gameday, Leute. Wir gehen jetzt in den Preckraum. Und dann würden wir das Major beginnen. Kann ich ein bisschen ausprinten? Natürlich. Ja. Auf geht's. So sieht's hier aus. So sieht's hier aus. Wir sind fast ganz hinten wie immer. Der Preckraum ist übertrieben heiß. Wenn man da zu sieb drin ist oder zu acht. Es ist ein bisschen insane. Weil die Köpfe so am Dampfen sind. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Hallo, Alex. Hallo. Hallo. Game of Chicken ist diese Map. Was bedeutet Game of Chicken? Das bedeutet, dass im Endeffekt ist das ihre schlechteste Map. Die haben, glaube ich, vier Mal gewonnen und 13 Mal verloren auf der Map. Und unsere Sets sind auch nicht so gut auf der Map. Und Game of Chicken bedeutet dann, ob die sich sozusagen trauen, das gegen uns zu spielen. Obwohl sie sehr, sehr schlechte Sets drauf haben. Das heißt, Hunden würde sozusagen sein Team in ihrem ersten Major geben geben, wo sie halt jedes Mal verlieren, wenn sie spielen. Das war Game of Chicken. Okay. Ich empfehle dir auch, eine Suppe zu nehmen, Maximus. Die Power AWP-Suppe von Florian Richter. So sieht ein Buffet übrigens aus hier beim Player Catering. Da kann man sich so Bagel machen lassen. Hier gibt es Dessert. Und hinter Flo gibt es heute wieder Burger? Nee, Hotdog. Hotdog. Hotdog, Chicken Nuggets. Und Denzel ist hier gerade... Was ist das? Chicken mit Chicken und Reis. Das ist doch miesig. Ja, schon sehr Premium. Das Problem ist nur, zwischen den Spielen gibt es natürlich kein Catering. Also wir haben ja erst einen Best-of-One und dann noch einen Best-of-One später am Abend. Und dazwischen wollen die Jungs wahrscheinlich auch was essen. Das heißt, die Problematik klären eben Team-Manager. Und bestellen dann Subway auf Chinesisch. Beziehungsweise Mandarinen. Wir probieren es. Geh mal zu denen, frag die. Aber mach das mal dein Handy. Ich habe jetzt eine halbe Stunde sonst das Handy dicht. Was heißt hier Chicken Teriyaki? Also wir werden das niemals mit allen... Er will Light-Mayonnaise anstatt normale Mayo. So weiß man. Okay, ich bin jetzt hier mit Team-Manager Denzel zum Subway gelaufen. Hello. Hello guys. Wir holen Chicken Teriyaki für alle. Und Johannes hat irgendwas Special-mäßig. Hier soll mal gucken, ob wir das bestellt bekommen. Wir werden es schaffen. Wir werden das Beste geben. Wir sind noch bewaffnet mit den Übersetzungs-Apps. Ja, guck mal. Das ist alles auf Englisch. Perfekt. Tolle Stadt. Tolle Straße. Wirklich. Props an die Chinesen. Also wenn ihr euch fragt, wie ich morgens aufstehe an so einem Game-Day. Vor allem an so einem speziellen Game-Day. Man schreibt natürlich Guten Morgen, wenn man aufwacht. Dann guckt man, wann die Jungs aufstehen. Die schreiben dann auch nach und nach Guten Morgen. Gibt es da Leute wie Rigon, für das das Guten Morgen ist? Ja, also das sind die Eindrücke, die ich... Die ersten Eindrücke, die ich sammle an einem Game-Day vom RMA. Falls ihr euch gefragt habt. Äh... Das ist white. Das versteht mich auf jeden Fall. Wir brauchen eigentlich einen Stift, wo wir dann draufschreiben können, was für wen ist. Was heißt Stift auf Chinesisch? Ja, das kriegen wir schon hin. Was geht? Ich brauche Chiqui Teriyaki. Für alle. Für alle. Für alle. Das ist gut. Das ist gut. Ist das okay? Und... Ja, da ist ein Gugel drinne. Aber sie will mir die nicht gehen, Alter. Wieso? Sie sagt so, sorry, sorry. Danke. Ich habe es geschafft, Leute. Glaubt mal, das ist gar nicht so leicht. Wer kann das schon von sich behaupten? 10 Subway-Sandwiches in Shanghai. Gibt das Major sicher? Wenn das nur 1% hilft, dann habe ich meinen Job schon gemacht. Und da vorne stehen schon die ganzen Fans. Und das Lustige ist, die denken immer, Denzil sei JDC. Wenn man eins und eins zusammenrechnet, JDC würde nicht Subway-Tüten tragen. Man ist es gar nicht gewöhnt, wie die Leute alle gucken. Gar nicht so, dass sie einen angreifen oder so, aber alle drehen sich um. Alle sind sehr interessiert, was man da macht. So, Getusche geht los. Ist man auf jeden Fall nicht so gewohnt. Hallo. Ich bin cross. Für beide. Okay, so Team Big, bitte wählst du die Seite, wo du zum Team bist. Okay, so Team Big, du bingst die 2-Map erst. Ja, das 2. Mirage. New, Sterlo, und Vertigo. So, Benno. 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 Good luck. Good luck, guys. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. What? Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Yeah, now. No music? No music. If you want to play music, you can only use the speaker, not your earphones. On the speaker? Yes, only the speaker. I can give you one, you can hear it as well. I know, but I cannot use your earphones, like phones, etc. You can't control it, you can't control it, you can't control it. Okay. You can't control it. You can't control it. We're going to get the miracle rounds, and we're going to play solid. Okay? That's the most important. Okay, come on, Alex. Three, two, one, P. Two, two. 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 He's made some big plays in these kind of positions over his career. One versus three. They don't clear him, Tabson! No! No! Two. Two. Eight yourself into a better position on the walk-up. You're going to be spotted. Barrel seen. Visual contact. Walk out, slow peak. No room to breathe on that one. Clap straight back. Come on, guys! Hey, guys! We've lost a lot of rounds, but we're going to go. Come on, guys. Come on, guys. Nice, guys. Let's put a lot more pressure on Tabson, who will deliver. In air lucky. Nailed. The bomb drops to the deck, but Mistra is keeping them in with a fight before Tabson rips it away. Down to a 1v1. No! 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 Nice, man. Nice, man. Nice, man. Nice, man. Alex, hold on. Your strength to the team. But to be fair to Big, they're not biting down on this, and now the grenade is coming in. The incendiary. They're going to know for a fact what's coming up. Loads of low health bars. Going to get finished off here by JDC on 12 hit points. JDC also low. Nice! Woo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo. And get Rig on out the round. JDC and CSM both exceptionally low, but both of Sashi on the wrong side of the side. Hey, they're great, guys. Come on, come on. Come on, come on. Go on. Tabson, inside the camera. Great flash. Able to engage off the back of it. He's got back up. And they're going to push up. They want to get this one done by their hands, not leave it up to the T side. It's only missed the left, and he's about to be found. Oh, seriously, okay. Incendiary back in. Crimbo playing this perfectly as well. He's going to have the angle to peek out just as they go past him. Lucky looking for the quick trade with the AK entirely off. And Iceberg's in the bombsite. Just enough time to get the clip. Throne Black in. No! Very good! Come on, come on. Come on. Come on, come on. 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 No! 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 Very good guys, man! What? How cool is this here? How cool is this here? It's cool. Man, man. You're on 200. It's my ground, man. You're on 200. But we're on 200. John, in practice, he would all f*** from KFD. You're on 200. But that was too many things for me. I couldn't... I couldn't... Hold on, bro. Yeah, yeah, yeah. It's a bad thing. But it's a bad thing. That's why we're taking Spacer. We're just beating the balls. Yeah, that's what I mean. That's what I mean. Hey, guys. I'm very proud of you. It's not a easy game. Good. We'll just f*** now. No, Rob. It's our favorite map. But they're not playing against us. I'll never say anything. But they're taking you all. No, sorry. But be honest. Do I have a big egg or not a big egg? Bro, you have a big time game. I have to do my own smoke, man. Nice. Nice game. Yeah, man. Pistol. Alex. Pistol round. You just made it on the wall. No. They're just kidding. No. 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 Pistol was good. We dropped water. They're pushed away. They're pushed away. Yeah, but... What did you say yesterday? Yesterday. 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 I had a lot of fear. When they push away. No. They're not pushing away. A little bad. I didn't feel like smoke. But actually. How was it? It was good? It was good? It was bad. It was bad. I guess I should do it. It's okay. This is a good game. It's good. It's actually a director. A Frag Movie for Roman R. It's made from 1.6 in the year 2024. And now he's ready. He's ready. He's ready to watch. He's ready. He's ready. He's ready to watch. He's ready to watch. He's ready to watch. Hier, Mauskotts auseinander genommen. Boah, mit der Diegel noch. Ach, easy Maximus. Da war ich noch jung und knackig. Oh Gott. Jetzt gleich geht's gegen Heroic im 1-0-Game. Und jetzt gleich wird das Veto gemacht. Johannes, bist du bereit? Ich bin bereit. Ready to go. Und Alex auch. Alex immer bereit. Bereit und ab und zu bereit. Im Gym. Ja, im Gym. Natürlich, was hast du denn gedacht? Was? Max, don't have sex with your ex. Kennst du das Lied Max? Tatsächlich nicht. Das kennst du nicht? Das gibt's auch nicht. Gib das mal in Google ein. Du willst sehen, das ist ziemlich wild. Das hier gibt's nicht. Jeder doch? Nein, du machst nicht die Lyrics falsch. Das ist auch dieses Lied, oder? Du liest das, was du im Bootcamp immer gesungen hast. Und da hat auch Flo auch gesagt, die Lyrics gibt's nicht und so. Denkt die alle gesagt? Kann sein, aber effekt. Nehmen wir das Lied. Hast du nicht dieses Zera irgendwas? Das ist ein super altes Lied. Das ist so vor meiner Zeit sogar. Ich sag dir mal das Video. Die ein bisschen ältere Leute in meinem Alter kennen das auf jeden Fall. Ich bin auch zufrieden auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen zufrieden auf jeden Fall. Hallo. Ja, Team B. Ja, so Team A, wenn du ban 2 Mapps first. Wir sind Team B? Nein, wir sind... Nein, diesen Team B. Wir machen letzte Bangle. Weil Heroic, sie haben die höheren Situation. Ja. Also, ihr Team A? Ja. Sie wählen die Team B. Ja, okay. Ja. So, wir ban Muke und Mirage. Wir banen Inferno. Dann das 2. Und Werbidem. Wir spielen Ancient. Wir spielen Ancient. Ja. Wir banen Anudis. Ja. 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 Nein, wir kämpfen jetzt. Ja. Wir sind nicht hier bereit. Das ist auch Zeit. Was? Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gashif, du siehst so gut aus. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Okay. Ich spröre. Ich schwöre. Drei. Alex. Ja. Ich hab den Mosexel gespielt, oder? Letzten gespielt. Wir haben uns das anhalten. Letzten gespielt. Das ist sehr verrückt. Das ist verrückt. Die haben wir gesehen, oder? Das ist nicht wirklich verrückt. Das ist noch verrückt. Ja. Wir haben es nicht. Wir haben nicht. Wir haben es nicht. Wir haben es, nicht. Wir haben es in den letzten Spiel. Wir haben es nicht. KickSan geht across, lets him get past. Smoke fades! KickSan, what just happened there? That didn't even look like 4x3, he was right next to him. Tunnel Vision. On that smoke fade, while he watched Heaven, Degsta, he's done nothing this game. He needs a couple of kills here, he needs to get into the match. Nice! Ich hab sie an die Degsta! Schau, bruder! Du bist der Master, bruder! Du bist der Master! They nearly had Searson off of this line, but he seesaws back in. And he sees them moving out of main. JDC, edge at the spot. There's no stopping this guy right now. KickSan finally will, but left out all alone. Regone, the rotate is now left as the clutch. Nice! And this time Searson, out early on the AWP, strikes while the iron's hot here as the push is just taking shape. There's the swing from JDC. That double that was promised in the last round, he collects here and now. And just a bit of hesitation for Heroic on that play, right? If they went a bit sooner... Yeah! Nice, dude, man! 2-K, rein! 2-K, rein! 2-K, rein! 2-K, rein! It's up-kick! Hey! 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 I'm here to smoke! 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 He just walks through! Nooo! Sorry, Jams, I'm out of the way, bruder! Nice! 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 Let's go! Nice! Nice! Maximus! Auf geht, Maximus! Da! Let's fucking go! One more to go, man! You played really great, Kasi! Nice! Nice! X is on its own major! Are you too much greater than you? Yeah, but... What a great, you? Yes! We are as 72! Ja, genau das war sie zu tun. Aber Polen war ein Potsch, oder? Polen, ein deutscher. Potsch, ein deutscher. Hallo, hallo. Oh, mein Favorit, Ebenen. Wie geht's dir? Gut? Ja. Das musst du zu jedem Ball mit einem Mann sagen. Du hast mich bei dir zuerst. Wir sind bei uns. Wir sind in der Vorstellung. Wir haben einen zweiten Ball. Das sind zwei. Ja, zwei. Ja, zwei. Das ist ein deutscher. So, Team Pinn, du bannst den Ball? Ja, wir bannst den Ball. Wie geht's dir? Tigger, Ancient. Tigger, Ancient. Tigger, Ancient, Ancient. Tigger, Tigger, Ancient, 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 Ancient. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Das ist hart. Was wollen wir mal versuchen? Okay, wir bannst den Ball kommenden Ball. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. So, das hier ist der Toilettenraum und dann kann man, hier stelle ich euch gleich hin während des Games und dann guckt ihr von hier aus das Spiel. Dank dir Max und die Fans, ihr seid näher am Spiel dran als wir. Guck mal, wie gut der aussieht, bitte. Boah, wow. Musterschwieger so. Ja, das ist ein bisschen besser. Ja, das ist der Karachi. Ja, das ist der Karachi. Ja, das ist der Karachi. Das ist der Karachi. Ja, das ist der Karachi. Das ist der Karachi. Ja, das ist der Karachi. 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 Und da ist der Karachi. Ja, weiter. Das Wichtige ist, dass wir unsere Runden runterspüren. Ein einziger Read. Nicht auf die, sondern global. Wenn es sehr, sehr lange ruhig ist. Top mit Window, Flash mit Turm, jetzt so 20 Sekunden ruhig. Con auf Hochschleich noch passen. Vor allem dann. Das macht keiner sonst. Aber einfach nur, dass wir es im Kopf haben. Es ist so ruhig, ruhig, immer ein bisschen Con-Fokus lang. Das passiert sonst nie. Gefühle, Schubert. Sie hat ein Buffer, sie arbeiten mit. Sie hat eine Strecke mit dem Schubert. Das ist eine große Beküren. Ja, JdC wird eine Antwort finden. Und wieder Krasnvö, wieder ein. Verkaufs kann Krembo, rückwirkungs-Rig-Uncomfaktable. Aber es ist der Tren. 0 fix und Jambo. Jetzt nur 0. Er ist jetzt in die Seite. Komfortabel für Tabsen. Was ist der Mönchenschlüssel? Das ist der Mönchenschlüssel. Das ist der Mönchenschlüssel. Oh, he hears that. Rigon, not far off on his auditory processing. Now Crimbo spotted out in the apartments. Rigon makes no secret of his presence in the market. Trying to nader. Spotted out, Jocasmo on the cross. They do need to hurry this plant along. Can they disrupt it? Fake, fake, exposed. Time is on the essence now. Another drops, Jocasmo can't cover. Jocasmo can't cover. Nice! Nice, boys! Sehr fzig! Let's do it! I'm going to play with the McClank. I'm just going to play with the McClank. We win the round, okay? Are you ready? Let's go! Quick, quick! Quick, quick! Quick, quick! I'm going to play with the back side. I'm going to play with Monty. Quick, quick! Quick, quick! Quick, quick! Quick, quick! Quick, quick! I have a cross. Quick, quick! Quick, quick! Quick, quick! Quick! Quick, quick! I have a B. I have a cross. I have a cross. Quick, quick! Nice! Let's go! I'm going to play with the match. I'm sorry, man. Come on, let's win the last round. I'm sorry. I know, I'm sorry. It just depends on what type of execute that we see. That smokes missed! Yeah. That's missed! I can't see it. I don't know where. I'm sorry, man. I'm sorry. I'm sorry. First, but... Do I have to play with the back? Das war's, das war's. CT! 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 NOOOOOOOOOOOOOO!!! Kuss! 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 Komm her! Besten Orga Deutschlands! Wer auch immer das gehört! Kuss! Geschafft! 3-0 ihr Motherfuckers! Komm her! Geil, Alter! Komm her! Komm her! Komm her! Maxi! Mehr als für die Bro! Komm her! Jetzt nimmst du schon auf! Karim an der Kamera! Ist ich live? Ja! Ist live! Wir müssen dieses, kennst du dein Meme? Oder so in die Kamera damals? Nee! Von Penta! Dann bist du so... Und das ist so rundes Bild! Das ist nie mehr, Alter! Die Leute ein bisschen schon! Mach mal so, grins mal! Und guck in die Kamera! Du bist nicht fokussiert, Max! Schlechte Kamera! Doch klar! Stark! Moin! Wir gehen jetzt was essen! Japanes BBQ! Rede! Rede! Und... Ja, sind sehr glücklich! Gute Performance von uns allen! Rede! Ok, ich muss aufhören!